Der Genfer Autosalon gehört nicht nur zu den wichtigsten Automobilmessen der Welt. Durch seinen Termin im Frühjahr eines jeden Jahres gilt er als Trendmesse und Indikator für automobile Entwicklungen. Unter den Ausstellern war auch im Jahre 2009 die deutsche Sportwagenmanufaktur Wiesmann. Neben den bekannten Modellen der Dülmener Edelautoschmiede präsentierte die Manufaktur der Individualisten die Weltpremiere des Wiesmann Roadster MF4. Dieses von Grund auf neu entwickelte Fahrzeug stellt im Bereich handgefertigter Edelroadster die technologische Spitze des Machbaren dar. Gründer und Geschäftsführer Friedhelm Wiesmann nahm sich in Genf Zeit für uns und beschreibt das Traumauto. Wir haben dieses Fahrzeug komplett neu entwickelt. Das Fahrzeug verfügt über zwei verschiedene Achtzylinder-Motoren. Es ist also die Möglichkeit mit 367 PS 4,8 Liter oder mit einem 4 Liter M-Motor 320 Prozess zu erwerben. In Kombination entweder mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, mit einer Vollautomatik, einer Sportautomatik oder dem neuen Doppelkupplungsgetriebe. Alle Möglichkeiten sind offen. Und das Auto ist oberhalb des MF3 positioniert. Das heißt, wir gehen in ein neues Segment da rein. Eben, wir haben den Wunsch einiger Kunden gerecht, auch einen Achtziner bei Wiesmann als Roadster erwerben zu können. Der Wiesmann Roadster MF4 bereichert die Wiesmann-Modellreihe um ein neues Fahrvergnügen voller Dynamik und Agilität. Mit seiner Achtzylinder-typischen Motorkarakteristik klingt der Wiesmann Roadster MF4 kraftvoll und beeindruckt durch seine brachiale Beschleunigung. Mit einem maximalen Drehmoment von 400 Nm und einem Leistungsgewicht von 3,1 kg pro PS beschleunigt der Roadster MF4 S aus dem Stand auf Tempo 100 in nur 4,4 Sekunden. Jede Querbeschleunigung in der Kurve wird durch die tiefe Sitzposition kurz vor der Hinterachse direkt ans Cockpit weitergegeben. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 kmh. Zur Sicherheit des Wiesmann Roadster MF4 tragen das steife Aluminium-Monokok mit integriertem Seitenaufprallschutz, Fahrer- und Beifahrer-Airbag sowie das serienmäßige ABS in Verbindung mit der dynamischen Stabilitätskontrolle DSC bei. Übrigens, der neue ist wahlweise rechts- oder linksgelenkt erhältlich. Der Grundpreis für einen Wiesmann Roadster MF4 liegt mit umfangreicher Serienausstattung bei knapp 129.000 Euro. Der Wiesmann Roadster MF4 S ist ab knapp 138.000 Euro erhältlich.